Guten Morgen Bettina und Stefan. So wie dieser anbrechende Morgen und diese Fahrt auf dieser geraden Straße mit einer leichten 5 Grad Linkskurve, so wird auch euer Eheleben verlaufen, zu dem ich euch hiermit ganz recht herzlich gratulieren möchte. Ich wünsche euch alles Gute zur Ehe, dass ihr euch ehrt, euch wertschätzt und das Allerwichtigste, euch liebt, bedingungslos. Denn auch wie diese Straße wird euer Eheleben nicht immer gerade verlaufen. Es werden sich Schlaglöcher auftun, es wird überholt werden. Teilweise werden LKWs vor euch sein, im übertragenen Sinne natürlich. Und diese Hindernisse und Hürden gilt es zu bewältigen. Ich wiederhole mich ungern, aber möchte es an dieser Stelle tun. Alles Gute für euer Eheleben. Genießt es und vor allem wählt immer den richtigen Zoom-Bereich, um den Durchblick zu bewahren. Einen schönen Hochzeitstag. Genießt es, bleibt gesund. Bis bald, ihr zwei.